So, wurde doch ein bisschen länger bei mir, aber jetzt komme ich wieder live auf Twitch. Denkt dran, Kart 8.6. Wer Bock hat, ein bisschen mitzufahren, wir sind immer noch auf dem Weg zu den 10.000 Punkten. Es wird noch ein sehr, sehr langer Weg. Und in dem Sinne würde ich sagen, schaut einfach rein. Wer Bock hat, morgen spiele ich ein kleines Turnier mit. Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann streamen wir auch Mario Kart ab 18 Uhr. Also behaltet euch das auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf. Und in dem Sinne, bis gleich.